Musik 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 Daar, in dat dingetje met die torentjes heb ik op internaat gezeten één jaar, met de bedoeling om mij goed herop te voeden, maar ik denk dat ze op een internaat hun skills leren finetunen. Ik heb er ook maar een jaar mogen zitten, met het vriendelijk verzoek om toch een andere school te zoeken. Dus internaat, ik weet het niet. Voilà, dat is de zijkant van het gebouw. En hier boven, hier, even zien, dat was mijn kamertje. Nou, ik sliep, kijk ze. Ik zie het een sigaretje zo te roken. Musik Nico, waar ben jij mee bezig? Al die filmpjes continu? Word je er zat van? Er is een hele goeie reden voor. En ik zal je uitleggen waarom, als je hier, hier, of hier, of hier klikt, dan ga ik je dat rustig, maar kort uitleggen. Het leer. MUZIEK 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 Bis zum nächsten Mal. Goedemorgen. Nieuwe week. Het zal een zware week worden. We hebben soms heel goeie momenten met onze kinderen. We hebben soms heel zware momenten met onze kinderen. Dat is nu zo. Daar moeten we met leren omgaan. Deze week gaat een zware week worden. Ik hou mijn hart vast om te zien hoe het deze week allemaal gaat lopen. We gaan er het beste aan proberen te maken. Het is in ieder geval met veel liefde, maar het is niet altijd simpel. We'll see. Maar we moeten erdoor en gelukkig kunnen we dat als koppel heel goed. Daarom spenderen we ook heel veel tijd samen om goed te babbelen, goed mekaar de ruimte te geven en rust te vinden bij mekaar. En nu ga ik naar Mechelen lenen opieken, dan ga ik een koffie drinken en dan kunnen we weer even beginnen. Let's go! MUZIEK 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 Das war vielleicht noch nicht aufgefallen, aber wir wandeln viel. Das ist auch eine sehr gute Rede für. Das ist gut für die Geest, das ist gut für das Licht. Und das ist gut für die Relatie. Vorher wandelten wir sehr België rund und reden wir zwei Uhr um die schönste Wandeling zu machen. Ich weiß es nicht, aber jetzt haben wir ein bisschen eine andere Visie. Wir verkießen immer noch immer schöne Wandelingen in Ardennen. Aber wir verkießen vor allem um zu bewegen über das Aventur. Tagelijks machen wir ein Wandelingen. Und zwei wekelijks liefst, wenn wir eine schöne, fatsoenliche Wandelingen haben. Wobei wir alle von genießen. Mit oder mit oder mit Kindern. Das ist ein anderes Struggle. Hier, nach unserem hoek, haben wir ein schönes Naturgebiet. Das ist eine Vogelvijver. Die läuft mich nicht verkeerd. Echte Vogels, echte Vijver. Und wir wangen immer wieder um. Das ist ein Torch von fünf Kilometern. Das machen wir dann elke Nacht. Meistens morgens, soms middags, wie wir jetzt. Oder in der Nacht, als wir Zeit haben. Wanneer wir Zeit haben, wenn wir Zeit haben. Die gleiche Tour. Ich würde denken, das wird sehr schnell gut. Aber das bringt viel Lust. Und wir genießen davon. Und wir gehen damit besser repetitief. Und wir gehen damit besser repetitief. Und wir gehen damit nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.